Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Das Gemälde heißt Strandspaziergang und ist ein in Öl auf Leinwand gemaltes Bild des spanischen Malers Joaquín Sorolla aus dem Jahr 1909. Es hat eine Höhe von 205 cm und eine Breite von 200 cm. Dargestellt sind die Ehefrau und die älteste Tochter des Malers während eines Spaziergangs am Strand von Valencia. Das Gemälde gehört zur Sammlung des Museo Sorolla in Madrid. Auf mehr als vier Quadratmetern zeigt Joaquín Sorolla im Gemälde Strandspaziergang zwei Frauen beim Spaziergang am Meer. Die 205-Multiplikationszeichen 200 cm große Leinwand hat ein nahezu quadratisches Format und ist für eine Strandansicht ungewöhnlich monumental. Für die beiden in Lebensgröße dargestellten Frauen standen Sorollas Frau Clotilde und seine älteste Tochter Maria Modell.